Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Wasserzähler in deinem Garten draußen richtig einbauen kannst und vor allem auch, warum du das tun solltest. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In Deutschland gilt vereinfacht gesagt, wenn du 1 Liter Trinkwasser verbrauchst, verbrauchst du auch gleichzeitig 1 Liter Schmutzwasser. Und für Schmutzwasser möchte der Wasserversorger natürlich auch etwas Abwassergebühr haben, da er natürlich die Kanalisation zur Verfügung stellt und diese natürlich auch ab und zu gewartet und vor allem auch gereinigt gehört. Wenn du das Wasser jetzt aber nicht wie im Haus zum Beispiel den Abfluss hinunterspülst, sondern wie hier im Garten dann das Ganze im Rasen einfach versickert, dann verbrauchst du ja sozusagen kein Schmutzwasser für die Kanalisation. Und hier kommt der Wasserzähler zum Einsatz und dadurch kann der Wasserversorger auch erkennen, wie viel Wasser jetzt im Rasen versickert und wie viel dann auch in Wirklichkeit in die Kanalisation geleitet wird. Bevor wir jetzt aber so ein Wasserzähler hier im Gartenwasser einbauen, solltest du dich unbedingt beim zuständigen Wasserversorger davor erkundigen, ob du als Leih das Ganze auch selber einbauen darfst und vor allem, ob es überhaupt erlaubt ist. Hier kommt es nämlich auch wieder von Region zu Region einfach darauf an. Wenn das Ganze abgesegnet worden ist, dass du es einbauen darfst, dann am besten einmal einen richtigen Wasserzähler bestellen. Dieser ist meistens mit dem Anschlussgrößen 3,25 Zoll geeignet. Ich habe hier jetzt schon meinen Wasserzähler und vor allem auch den Verbinder in der richtigen Größe hier vor mir liegen. Jetzt tue ich einmal die Gartenarmatur mir genauer anschauen. Hier habe ich unten einen ganz normalen Schlauchanschluss. Diesen kann ich einfach mal gegen den Uhrzeigersinn lösen, da dieser natürlich danach unten an den Wasserzähler rankommt. Und dann müssen wir mal hier unten diese Fläche noch etwas säubern. Hierfür am besten eine normale Drahtbürste nehmen. Diese tue ich jetzt einfach mal hier unten etwas entlangschaben. Hat einfach den Sinn, dass die Gummidichtung hier später an der Fläche natürlich auch schön abdichten soll und hier sich keine Schmutzpartikel befinden sollten. Danach bauen wir dann erstmal den Wasserzähler mit dem Verbinder hier richtig zusammen. Hierfür ist wichtig, wir schauen erstmal, der Wasserzähler hat hier oben noch so einen Pfeil angegeben. Der Pfeil gibt die Durchflussrichtung an. Also wird das Ganze später dann so an den Gartenwasserhahn, also an die Armatur hingemacht, dass das Wasser von oben hier hindurch fließt. Wir müssen jetzt also mal unseren Verbinder nehmen. Hier haben wir eine Seite, die ist fest und eine Verschraubung, die kann ich hier noch schön hin und her bewegen. Die feste Seite muss jetzt hier ran und davor, ganz wichtig, die richtige Abdichtung noch hineingeben, dass das Ganze danach auch dicht wird. Wir setzen das also an, schauen, dass es schön anpackt und dann einfach mal im Uhrzeigersinn aufdrehen und jetzt mit dem entsprechenden Gabelschlüssel noch etwas festziehen. Bei mir ist das jetzt ein 30er. Noch leicht Druck drauf geben und immer darauf achten, nach fest kommt ab. Der Wasserzähler ist zusammengeschraubt und jetzt können wir das Ganze mal in unserer Gartenarmatur anbringen. Hierfür wieder die Gummidichtung natürlich nicht vergessen. Diese hier oben einmal reingeben und dann das Ganze hier im Uhrzeigersinn per Hand einmal leicht festziehen und gleich können wir noch etwas mit der Zange nachgeben. Der Gartenwasserzähler ist jetzt schon richtig angebracht. Danach nochmal den Schlauchadapter nehmen. Hier wieder auf die Gummidichtung da drin achten. Das tue ich jetzt einfach mal hier unten wieder ganz normal dran schrauben. Im Uhrzeigersinn, normalerweise reicht hier handfest auch. Gebe den Schlauch hin und dann probiere ich mal das Ganze zu öffnen und schaue, ob es auch funktioniert und vor allem auch dicht hält. Das Wasser läuft und jetzt die Verschraubung hier hinten einfach mal mit den Fingern noch abtasten, ob das Ganze auch wirklich dicht hält. Bei mir ist es jetzt der Fall, wenn nicht, dann am besten nochmal leicht mit der Zange etwas nachgehen und das Ganze sollte dicht sein. Zum Schluss noch der Hinweis. Also ein Kaltwasserzähler, wie er hier jetzt eingebaut ist, muss alle sechs Jahre geeicht werden. Unterliegt also der Eichpflicht und muss deswegen auch alle sechs Jahre ausgewechselt werden. Außerdem solltest du darauf achten, dass du im Winter dies natürlich auch wasserlos machst, also das Wasser hinauslässt, da er sonst auf jeden Fall aufplatzen würde, wenn das Ganze hier drinnen zu Eis gefrieren würde. Je nachdem, wie oft du deinen Garten jetzt zu Hause gießt, kann sich mit so einem Wasserzähler hier wirklich eine Menge an Geld gespart werden. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Wasserzähler, eine Schlauchkupplung, ein Gabelschlüsselset oder auch so eine Drahtbürste hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also dieses Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. und hier unten in der Videobeschreibung